In meinem Herr-Anwalt-Spiel gibt es viele Gegner. Das ist cool. Aber die stehen immer nur doof rum und warten, bis du vorbeikommst. Das ist doof. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es doch nice wäre, wenn die Gegner überraschend aus diesen Sporthallen Abstellräumen kommen könnten. Jo, gefällt mir. Jetzt haben wir aber immer noch das Problem, dass man einfach an allen Gegnern vorbeilaufen kann. Dafür gibt es doch diese tollen Trennwände. Ich habe die ins Spiel eingebaut und so programmiert, dass die erst wieder hochfahren, wenn alle Gegner besiegt sind. Nehmt das, Pazifisten!